hi leute und willkommen zu meiner ankündigung für morgen den stream weil heute kommt halt kein stream weil heute habe ich keine zeit und ja wenn das spielchen mal laden würde würdet ihr auch mal gameplay sehen aber jetzt passiert es erst und ja ich kündige halt dass ich halt morgen wieder streame und ja eigentlich war es jetzt schon aber da ihr da halt nicht da ist halt nicht so spannend ist wenn man kein gameplay in ein video halt sieht mache ich noch mal ein bisschen gameplay ja wenn ihr neu auf den kanal gestoßen seid und ihr halt auch morgen zeit habt oder ob wenn ihr generell morgen zeit habt dann seid bitte bei den stream dabei und ja es wäre geil wenn ihr beim stream dabei bleibt wir seit und er eigentlich war das jetzt schon und dann ja wirklich sage!.. schaue bis morgen im steam- machs gut fö Dankeschön,